Er kommt wie gesagt aus einer der kleineren Erweiterungen, für die ich bezahlt hab, und wir reden mit ihm. Ihr seid ein schwer zu findender Mann. Wo sind nur meine Manieren? Mein Name ist Levi, Levi Dryden. Hat Duncan mich je erwähnt? Levi von den Münzen? Levi, der Händler? Ihr steht seit Ewigkeiten in unserem Lager. Wieso bin ich schwer zu finden? Ich bin Frezelon. Und von euch hab ich noch nie gehört. Duncan hat euch nie erwähnt. Ihr kennt Duncan? Ja, ich bin Frezelon. Wirklich? Er hat euch nie vom alten Levi erzählt? Nein. Wir kannten einander seit Jahren. Aber was plappere ich da, wo ihr doch eine Verderbnis aufhalten müsst. Ich will nicht eure Zeit vergeuden. Duncan hat versprochen, dass wir gemeinsam etwas ergründen würden, das für die Wächter durchaus wichtig ist. Und für mich auch. Der arme Duncan. Ach, schweigen wir davon. Es ist eine Tragödie. Aber ich bin sicher, er würde wollen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Sein Versprechen eingehalten. Welches Versprechen hat Duncan euch gegeben? Woher kanntet ihr Duncan? Das muss ich um dringenderes, Germant. Lebe wohl. Von welchen Versprechen sprecht ihr denn? Meine Familie. Nun, da gibt es einige dunkle Flecken in der Vergangenheit. Der Adel blickt mit Abscheu auf uns herab. Meine Ur-Urgroßmutter, Sophia Dryden, war die letzte Kommandantin der Wächter von Ferelden, damals als die Wächter als Schmarotzer galten. Also verbannte König Arlend die Wächter und nahm dem Haus Dryden alle Ländereien und Titel ab. Sag mir einfach, was ich missen muss. Ja, komm zum Punkt. Duncan wollte die alte Basis der Grauen Wächter den Soldatengipfel wieder in Besitz nehmen. Und vielleicht finden wir dabei Beweise, die die Ehre meiner Familie wiederherstellen. Seit der Verbannung der Grauen Wächter war niemand mehr auf dem Soldatengipfel, aber ich habe einen Weg gefunden. Man sagt, es würde dort spuken und es ist bestimmt gefährlich. Werdet ihr mir helfen? Gehen wir zum Soldatengipfel. Was anderes muss ich gar nicht wissen. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Gut. Aber das wird erst Fall der nächsten Aufnahme sein. Denn ich mache hier jetzt erst einmal Schluss. Ähm, ich kann euch immer so viel sagen, was in der nächsten passiert wird. Wir werden bei der nächsten Aufnahme sämtliche drei kleinen Add-ons durchrackern. Das heißt, ins Stein gefangen. Dann die Zurückkehr nach Ostagar und der Soldatengipfel. Also, seid tausendfach gesegnet. Und warum speichere ich hier nochmal? Ich weiß es nicht. Ähm, seid tausendfach gesegnet. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dann und tschu tschu.